61 Ordinalzahlen Der erste Monat ist der Januar. Der zweite Monat ist der Februar. Der dritte Monat ist der März. Der dritte Monat ist der März. Der vierte Monat ist der April. Der vierte Monat ist der April. Der fünfte Monat ist der Mai. Der fünfte Monat ist der Mai. Der sechste Monat ist der Juni. Der sechste Monat ist der Juni. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. January, February, March Januar, Februar, März April, May and June April, Mai und Juni Der siebte Monat ist der Juli. Der achte Monat ist der August. Der achte Monat ist der August. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zwölfte Monat ist der November. Der zwölfte Monat ist der November. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Zwölf Monate sind ein Jahr. Zwölf Monate sind ein Jahr. July, August, September Juli, August, September Juli, August, September Oktober, November and December Oktober, November und Dezember Oktober, November und Dezember Oktober, August, September Oktober, November, August, September Vielen Dank.